Augen auf Hören zu hier sind die Erklärung des Pläne ich bin hier mit Ferner Verleihung und ich mit Zerf und ich möchte diesen dumm im dämlichen typischen Samuel abknallen dass das der uns aus dem Gefängnis geholt gar nichts hatte die Zünder was er was möchte ver es gibt Strömungen im Spiel was ich auch sehr geil findet so sieht doch aus Wort Wortmeldungen was tut ihr weh könnte es sein dass das er auch schlachtfische Rachter ich weiß nicht bis jetzt da hat sie mit diesen gefahren unter Wasser Auer verdammt ich will bei dem Ding ich weiß dass man dagegen später noch Dinge tun kann aber ich möchte diese Truhe öffnen tut mir leid vielleicht muss ich ein Alter und dann trinken um ein bisschen kann ich noch auf den Flock ja ich arbeite für ein paar ehrbare Leute die sie gern treffen dann drehen es doch mal nicht nur den Rücken zu aber ich kann es immer noch kaum glauben ich bringe sie zum Treffpunkt einfach nur den Fluss runter wow bestes Geheimverflug in der Welt na gut alter Mann dann los aber ich finde es schön dass es so ein paar kleine Secrets noch zu finden gibt so Gegner eliminiert 9 Zivilisten genau eliminiert 0 Alarme ausgelöst 0 Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt 4 allgemeiner Chaos Faktor hoch niemanden getötet nope Geist nicht entdeckt worden nope keine Rune gab es hier aber Sonderaktion wir haben den versunkenen Schatz gefunden cool uns fehlen ungefähr wir haben zwei Drittel der Münzen entdeckt nicht ganz aber ist doch gut ja ist in Ordnung also vor allem vor allem da das wären so die wichtigen Sachen ja aber da gibt es zum Glück hier noch keine also weiter ja die sind tatsächlich Belohnung versteckte Verbündete deine neuen Verbündeten die sich in einem alten Pub am Fluss verstecken wollen die ihre Pläne vorstellen triff dich mit den kaiserlichen Anführern der Kaisertreuen um herauszufinden was sie kaiserliches vorhaben na alter es reicht wieder denn Gag ist abgelutscht nein im Pub sind das ihren nein das sind kaiserliche und schon wieder auf dem Schiff geschlossen der halbe Bezirk als solchen Gebiet markiert direkt unter der Nase des Lord Regenten und er merkt gar nichts davon wer ist der Lord Regent eigentlich äh der Kerl der uns geframed hat ja wenn jemand herausfindet was wir hier tun wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen und der Lord Regent dann muss ich halt alle abschlachten auf den Kopf stellen ich bin echt gespannt wie sich das Spiel jetzt noch entwickelt es wird noch geil das kann ich dir versprechen wenn jemand ihnen helfen kann ich 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 glaube zwar nicht dass es so viel äh spielerische Freiheit hat in ähm Kampagnenentwicklung wie zum Beispiel jetzt Oblivion oder so aber du hast halt immer ein paar Sonderquests die du Quests die wir ah schon wieder ein Schachterfisch ah ah entehrt Errungenschaft ja wir haben das erste Kapitel abgeschlossen heißt das Tutorial aber ok das Tutorial ist auch ein Kapitel ist halt das Tutorial Kapitel heiliger Scheiße diese Schlachterfische sind echt fies die sind aber nützlich genau wie die Ratten oder ja nicht ganz so wie die Ratten aber der Outsider-Walks-Among-Use Jey sind wir der Outsider? Nope der Outsider ist verdammt cool der Outsider ist der Weihnachtsmann geil da drinnen arbeiten sie rund um die Uhr stoßen sie dazu sie werden ihnen helfen die Warenmörder der Katastrophe ich hätte jetzt erst mal durchs Schlüsselloch geguckt ich nicht ich meine die haben uns gerettet da müssen wir nicht spannen bevor ich mit irgendeinem ach ich weiß was es hier gibt und ich weiß dass es hier später dann auch leichtere Möglichkeiten sind sie kennen die Geschicht wir reden später weiter laut der Mann der Stunde ist hier Nordpende der erinnert mich an irgendeinen Schauspieler muss ich sagen Steve Bushimi nee nee eher so ein kleines bisschen an Agent Smith das stimmt das ist hier richtig aber der Stand spielt keine Rolle im Hauptpitzpap auch wenn die Stimme nicht passt das ist mein Bier läuft nicht über egal wie man zählt bei Mai des Lord Ressenten zu beenden und ihr Thron wieder herzustellen modernste Technik und es wird nicht oh ich darf es wird weniger das war aber ein großer Schluck normaler Schluck halt also wir sind auf jeden Fall nicht in Britannien da wird nämlich Bier ohne Schaum ausgeschenkt aus dem Pint und kein normales Bierglas verzeihen sie sie müssen wir reden später weiter wenn sie sich ausgedrückt haben welche Kaiserreiche gibt es denn sonst noch manchmal ist er etwas schwierig mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu oh mein Gott das war ein schlechter schlechter Sprecher der andere ist gut oh mein Gott unser Q ja wir haben den Q wir haben den Q wir haben den Q wie cool und wir haben sogar noch mehr als einen Q aber alles zu seiner Zeit alles zu seiner Zeit unzerstörbare Tür warum baut man daraus nicht Häuser ich werde ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen alles Einzelstücke für sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Arntäters an saugut mhm ein kleines bisschen wie Leonardo da Vinci die ehren das ist ein das ist ein das ist cool das ja das mit Waren läuft diesen Sterne ist das ist so gut eine große Sauerei wenn es explodiert oh hey Moment Moment daran könnten wir ein bisschen Kontinent die Insel sehen ganz klein bisschen aus oder ein Jahr der BD vielleicht hinterlaufen ist also werden das war bloß Geld Schraubstock wie wie nützlich wow cool eine zweite Lösung Auszug aus einer Reihe von Zeitungsartikeln wollen wir das wirklich vorlesen hier Piero Joplin nein doch doch das ist wichtig ok dann halt es liegt nicht an mir dass der Durchschnittsbürger Sokolovos Elixier meine eigene Formel vorzieht die als Piero's Arznei erhältlich ist ein Name den ich nicht selbst gewählt habe wenn sie es genau wissen wollen die Öffentlichkeit hat ihre übliche Botschaft der Idiotie gesprochen mit dem Geldbeutel wählt sie Sokolovs 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 natürlich viel wurde über die Beliebtheit dieser Gebräue als Mittel zur Erhöhung des Widerstands gegen diese bemerkenswerte neue Seuche geschrieben ich sage bemerkenswert weil dieser Stamm mit einer Effizienz ans Werk geht die wir in der gesamten Geschichte des Kaiserreichs noch nicht gesehen haben an dieser Seuche die jetzt durch die Straßen von Dunwell rast kommt keine andere heran ich habe studiert was sie im Blut der Infizierten anrichtet und es ist nahezu perfekt oder besser elegant und während es stimmt dass Piero's Arznei und Sokolovs Elixier bekannterweise gleichermaßen den Körper gegen die Seuche schützen besitzt meine Mischung Zutaten die noch nicht komplett erforscht sind aber die sich an Geist und Seele richten und dadurch gewinnt meine Formel dann doch hier sollte das Interesse des Zuschauers geweckt worden sein denn wie sie sehen ist Sokolovs Elixier mit seinem Schwerpunkt auf dem brachialen animalischen Körper eine krasse Schmiere die sich besser für Viehzeug eignet die feine und geheime Varianz in den Wirkstoffen stellt sicher dass Piero's Arznei sich an jene höhere Funktion richtet die uns von den geistlosen blaukiefrigen Hexenfischen unterscheidet die im Rennhafen herumschwimmen ok die Viecher heißen Hexenfische und uns anknabbern Pierros Anfrage wird nicht stattgegeben oh mein Gott Piero nein böser Piero aus Sitz Platz Piero nein ich werde diese Einkäufe nicht autorisieren ein Beutel zerstoßener Kristalle Tyvianisches Erz warum können sie nicht die wunderbaren Metalle von Crystal Crystal wirklich nutzen Federn von Kingsborough kennen sie Feder wenn sie Federn brauchen sehen sie in ihrem Kopfkissen nach vielleicht haben sie in der Akademie alles automatisch und ohne Prüfung bekommen aber das hier ist mein Unternehmen oder das was davon übrig geblieben ist und wir haben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung wir haben schon kaum noch Öl Essen Elixier Baumaterialien und alles andere also müssen sie sich etwas einschränken solange ich die Rechnung zahle äh bezahle werde ich ihre Einkäufe nicht abzeichnen solange sie nicht absolut notwendig sind kein Kupferdraht mehr keine seltenen Kräuter und wenn sie diese Dinger benötigen gehen sie vor die Tür und sammeln sie sie selbst halb dann wohl liegt im Zeug mal also wird niemand etwas vermissen wenn sie sich das alte Zeug nehmen bla 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 Wunderbar und wir schnappen uns ihn weg ja das ist ja auch Kio und nicht Pietro wow wir haben ihn geöffnet und jetzt schließen wir ihn wieder Ordnung muss sein äh eine Wahl-Vivi-Sektion Vivi-Sektion Halleluja Auszüge aus den Nozizen eines Naturphilosophen unterwegs auf einem Walfänger Bemerkenswerterweise besaß jedes Wesen das zu Stier Studieren wir auf dieser Reise vergönnt war geringfügige physiognomische Unterschiede östlich von Tüvi auf dem zweiten Abschnitt unserer Reise erlegte die Mannschaft ein Weibchen etwa 42 Fuß lang meinen Schätzungen nach wog es etwa 35 Tonnen das Schiff lag tief im Wasser und wogte die ganze Nacht hin und her während das Weibchen mit dem Tode rang wie übel im Kerzenschein führte ich meine Vivi-Sektion durch zeichnete Skizzen und machte Notizen unter lautem Gebrüll schnitt ich in die Tentakel um den Mund des Weibchen Was ist das denn für Wale? darin fand ich viele Zahnreihen und eine Bartel im Oberkäfer ich vermute dass durch diese siebartige Struktur Nahrung aus dem Wasser gefiltert wird das hier ist ein wenig Traum kann das sind Bartwolle Tentakel? ja du bist du dann du bist du dann du bist du dann du bist du dann ja gut aufgrund der immer größer werden solche Krise hat der Lotrigent die Position des Totenzellers geschaffen wow cool die nur von Junior Offizieren oder Offizieren mittlere Ringe gekleidet werden kann in den meisten Fällen in denen einer das oder eine Ausgangssperre verschreckt werden muss und steht die Betreffenden äh unterstehen die betreffenden Offiziere dem derzeitigen Offizier vom Dienst das ist ziemlich viel militärisches Gefarsel jeder Totenzeller hat jedoch in der Situation die Befehlsgewalt die mit der Seuche oder der Abfertigung der Toten zu tun haben inklusive der Personen die unter fortgeschrittenen Symptomen leiden die im Volksmund Weiner genannt werden ab dem Monat des Regens können sich Offiziere zu einem Eignungstest anmelden und nach bestehen an einer zweiwöchigen Einführung teilnehmen die Position wird mit Gold und Elixier-Rationen von eineinhalbfacher Qualität verkündet wow das ist eine coole Position ja klingt ok und ich krieg die fehlgeschlagenen Experimente gut Auszug aus einer Vorlesungsreihe über die Naturphilosophie gehalten von Piero Choplin 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 Piero ist nicht wirklich französisch Piero Choplin natürlich habe ich versucht Sokolovs Entwürfe zu verbessern selbstverständlich und warum auch nicht er ist schließlich mehr als wahrscheinlich dass seine Gedanken von unserer gemeinsamen Zeit an der Akademie beeinflusst worden sind und sei es auf noch so kleine Art und Weise wir sind alle Teile einer Gemeinschaft die sich zum Ziel gesetzt hat die Mysterien des Kosmos aufzudecken selbst jene unter uns die mit größtem Verstand gesegnet sind werden oft von sagen wir intellektuell minderbegabten Menschen zu ergiebigen Resultaten geführt Sokolov ist da keine Ausnahme auch wenn er sich bei den Edelleuten seines Genies rühmt Darüber hinaus ist es wahr Viele meiner Experimente sind fehlgeschlagen Darüber muss keiner der Zuhörer in einer seinen gesellschaftlichen Zirkeln oder den Räumen der Akademie lästern Großer Ehrgeiz erfordert große Risiken Sie mögen über meine Tür zum Nirgendwo lachen, aber eines Tages werden sie es nicht mehr tun Was? Die Tür zum Nirgendwo? Das war eine coole Magic-Karte damals Man gewinnt automatisch Nein, der Gegner verliert automatisch Sie wird für ihre Kinder höchstwahrscheinlich so selbstverständlich sein, wie es heute das elektrische Straßenlicht für sie ist Aber noch vor ein paar Jahren hätten sie bei so Koloss Blitzpfeiler oder Lichtwand gelacht Ihr Gelächter, ihr verächtliches Grinsen Sie sind nicht mehr als der Beweis für ihr eigenes begrenztes Vorstellungsvermögen Ich glaube, jetzt reicht es mal mit Literatur hier Ich will wieder spielen Die Verarbeitung von Wahlöl Hatten wir gelesen? Oder? Ne, wir hatten die Wahlölfektion Oh Mann! Leute, wenn ja eine Dissertation über Wahlisch arbeitet Gebt mir Bescheid So lehrt die absurde Theorie, dass Wahlöl Energie besitzt, damit Wahle auch noch in größten Meerestiefen überleben können Ich bring den Kalt auf einmal Können Sie dem Drunk und der Kälte nicht standhalten Perfekt Nun rein damit Ich spekuliere Dass ein Mensch durch Anpassung raus ist Einfach in die Nähe der Öffnung halten Der Magnetismus besorgt den Rest Perfekt Vielen Dank, Torbock Hier, sehen Sie Die Maske des Attentäters Sie sind ein gesuchter Mann Also kennt jeder in der Stadt ihr Gesicht Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen Kann ich verstehen Kurz still, damit ich Sie anpassen kann Bitte sehr Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben So Besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Monation Nein, Hilfe, nein! Aber die Lage hier ist ernst Ah, ich hatte schon befürchtet, wir müssen immer mit diesem Loch hin Nein Okay So sagen Sie, was ich für Sie tun Schauen wir mal, was er so hat Bolzen, Kugel, Springen Gellerell bin ich übergegen Kabelwerkzeug Oh, Konsumel ist für mich nicht gut Armbrust Präzision, Reichweite, Nachlader, Kampfbetäubungsbolzen Pistolenverbesserung, Springminenradius, Schwerthärtung Maskenoptik, was macht die Maskenoptik? Zum Beispiel Ah ja, sooomen Ja, sooomen Bolzenkapazität Kapazität 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 Abbrechen Abbrechen Schaltet frei Pistolenpräzision So Ich weiß nicht Lassen wir das erstmal Genau Das sehen wir uns fürs nächste Mal da noch auf Ja Es wäre besser, Sie schlafen Falls es euch gefallen hat Lasst uns doch ein Like, ein Kommentar oder Abo oder Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein Wenn wir eine weitere Abhandlung über Wahle lesen Genau Bis dahin Tschüss Erstaunlich Total erstaunlich Wir können Flaschen fallen lassen Wir sind Genies Aber wir haben halt jetzt Level 2 Judenequip gekriegt Wenn du das anguckst Aber ich hab das Gefühl Äh Moment Beim Brennen Hatten wir die nicht schon? Ne, wir hatten eine Level 1 Ja, stimmt Welche war das? Die haben wir weggelegt Ach ja, stimmt Aber die Druidenrobe und so ein Scheiß ist einfach besser Ja, ist ja auch ein Level über